Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Amazons Erfolge im Cloud-Geschäft und eine herbe Enttäuschung bei Supermicrocomputer. Außerdem geht es um ein Börsendromeda auf der Achterbahn. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum ihr für eure Rente dringend auf die Straße gehen solltet. Und in der AAA-Idee stellen wir euch fünf Aktienfavoriten der Fondsmanager-Elite vor. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai und wir wünschen euch einen schwindelfreien Start in den Tag nach dem Tanz in den Mai. Die US-Börsen, die haben den Mai mit einer regelrechten Achterbahnfahrt begonnen. Nach einem schwachen Start sorgte die amerikanische Notenbank für eine kräftige Fahrt nach oben. Grund war die Aussage von FED-Chef Jerome Powell. Der nächste Schritt werde wohl keine Zinsanhebung sein. Der NASDAQ 100 stieg daraufhin um 1,3 Prozent. Doch in der letzten Handelsstunde ging es genauso schnell auch wieder runter. Der NASDAQ 100 schloss dann am Ende 0,7 Prozent tiefer. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent. Und wenn man sich die Charts der Wall Street-Indizes anschaut, dann sahen die aus wie so ein Trommel da, lieber Eckert. Wie ein Trommel da? Wir waren doch gerade noch auf der Achterbahn und jetzt sind wir auf einmal im Tierpark. Chabitz, da soll es einmal nicht schwindelig werden. Ja, aber schon der April davor, der war wechselhaft und als Ganzes gesehen ein schwacher Börsenmonat. Tatsächlich war der April 2024 der erste Monat seit Herbst, in dem die Börsen ein Minus machten. Der US-Lite-Index S&P 500 hatte im April insgesamt 4,2 Prozent verloren. Der NASDAQ 100 4,5 Prozent. Ja und beim DAX, da ging es drei Prozent nach unten. Und der Bitcoin hat den schlechtesten Monat seit der FTX-Pleite hingelegt. Das war auch nicht so doll, aber es gab auch ein paar große Gewinner. Nämlich der größte Gewinner, der beste Index weltweit war der argentinische Mehrwahlindex, der auf Dollarbasis, das muss man ja immer machen in Argentinien, 26,7 Prozent zugelegt hat. Und der ägyptische EGX 30, der sackte dagegen um 45 Prozent ab. Und der schlechteste Markt in der industrialisierten Welt, das war Japan. Nikkei verzeichnete in Hartwährung, so muss man es ja schon fast sagen, ein Minus von 5,5 Prozent. Hauptgrund war die Yen-Schwäche, die auch unter dem Strich stabile Kurse nicht ausgleichen konnten. Und der Yen, der hat am 1. Mai auf einmal zwei Prozent so aus dem Nichts gewonnen. Also das ist wirklich gerade wie so eine Währung von einer Bananenrepublik. Ja, aber nochmal kurz zur FED. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen unverändert gelassen in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Jerome Powell hat angedeutet, dass die Sätze länger oben bleiben dürften als bislang gedacht. Aber er war optimistisch, dass die Inflation weiter fallen wird und er schloss eine Zinsanhebung quasi aus. Wenn man jetzt mal schaut, was die Märkte draußen machen, die preisen jetzt für dieses Jahr 1,5 Zinsschritte nach unten ein. Für September wird mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit die erste Zinssenkung erwartet. Und wenn man jetzt in den November guckt, dann sind das 90 Prozent Wahrscheinlichkeit. Und unter dem Strich war das FED-Meeting eher taubenhaft, also eher pro Zinssenkung. Das lässt sich auch daran ablesen, dass beispielsweise die Rendite der zweijährigen Anleihe sieben Basispunkte gefallen ist, deutlich unter 5 Prozent. Kommen wir zu den Einzelwerten. Amazon hat gestern am Mittwoch 2,3 Prozent zugelegt. Und zwischenzeitlich stand da sogar mal ein Plus von 6 Prozent, wovon ihr allerdings nichts hattet. Denn bei uns war die Börse am 1. Mai zu. Der Online-Händler hatte am Dienstag nachbörslich Zahlen präsentiert und die waren gut. Der Umsatz ist 13 Prozent geklettert, besser als erwartet. Der operative Gewinn lag 40 Prozent über den Erwartungen. Ja und die wichtige Cloud-Sparte AWS, die ist um 17 Prozent gewachsen und damit 4 Prozentpunkte schneller als gedacht. Und hat sich deutlich beschleunigt zu den letzten Quartalen, als da nur 12 beziehungsweise 13 Prozentpunkte Wachstum standen. Aber der Ausblick für das zweite Quartal, der lag unter den Erwartungen. Wenn man insgesamt einen Strich drunter macht, dann kamen die Zahlen durchaus gut an. Das durchschnittliche Kursziel wurde von den Analysten von 211 auf 216 Dollar angehoben. Und das entspricht ungefähr einem Potenzial von 21 Prozent. Und über den Erwartungen lagen auch die Zahlen des Chip-Anbieters Qualcomm. Vor allem der Ausblick begeisterte Qualcomm sieht großes Potenzial für KI-basierte Smartphones. Die Aktie lag nachbörslich 3,6 Prozent im Plus. Ganz andere Story bei Supermicrocomputer. Ja, die Rechenzentren mit Hardware ausstattet. Die Aktie stürzte um 14 Prozent ab. Die Zahlen waren eine leichte Enttäuschung und konnten mit den hypergroßen Erwartungen einfach nicht mithalten. Die Aktie liegt jetzt im laufenden Jahr aber immerhin noch 160 Prozent im Plus. Ja, anders sieht es da bei Monolithic Power aus, die Systeme zur Stromsteuerung von Halbleitern nach dem NVIDIA-Prinzip herstellen. Also nur Design, aber dann bei TSMC fertigen lassen. Die Aktie, die auch der Compounder-König vorgestellt hatte, gewann mehr als 4 Prozent. Sowohl Zahlen für das abgelaufene Quartal als auch der Ausblick waren ganz ordentlich decent, wie die Börsianer sagen. Kommen wir zu einem blauen Wunder und zwar zur Aktie von Pfizer. Die gewann mehr als 6 Prozent, nachdem der Pharma-Riese die Gewinnprognose in der Analysten für das erste Quartal deutlich übertroffen hat, im Gang des Covid-Behandlungsmittels Paxlovid. Paxlovid erzielt einen Umsatz von 2,04 Milliarden Dollar. Da ist zwar der Umsatz jetzt um 50 Prozent zum Vorjahr eingebrochen, aber die Erwartungen waren nur bei 878 Millionen. Und wenn die Erwartungen niedriger sind, dann ist es natürlich positiv. Und wer jetzt glaubt, das ist vielleicht auch gut für den Impfstoff, den sie mit Pfizer zusammen machen. Das war jetzt nicht so toll. Da lag der Umsatz bei 354 Millionen Dollar nur noch. Und das ist ein Rückgang von 88 Prozent. Oh, das ist nicht gut. Aber mal abgesehen von diesem Corona-Sondergeschäft kletterte der Pfizer-Umsatz um beachtliche 11 Prozent. Der Pharmakonzern hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Trotz des gestrigen Gewinns liegt die Aktie allerdings noch 5 Prozent im Minus im laufenden Jahr und gehört damit zu den schlechtesten Pharmaaktien der vergangenen Jahre. Das lässt sich für Johnson & Johnson nicht ganz so sagen, auch wenn die Aktie seit 2022 nicht so richtig gut läuft. Grund ist auch ein milliardenschwerer Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken seines Babypuders. Den will die Firma jetzt mit einer Einmalzahlung von 11 Milliarden Dollar beilegen. Das wären 2,1 Milliarden mehr, als Johnson & Johnson vor einem Jahr geboten hatte. Die Börse saß dennoch positiv und schickte das Traditionspapier um 4,5 Prozent nach oben. Dann habe ich hier noch drei Gewinne. Enttäuschung, es gibt ja jetzt ganz viele Zahlen, deswegen nur hier im Staccato. AMD verloren 9 Prozent. Da war so von KI, fand das nicht richtig was zu sehen. Dann CVS Health und Starbucks sogar beide 16 Prozent. CVS musste wegen steigender Ausgabe in der Krankenversicherung des zweiten Quartals in Folge den Gewinnausblick senken und Starbucks verkündete den ersten Umsatzrückgang seit 2020 und will jetzt mit Rabatten die Leute wieder in die Kaffeekette zurückführen und will Bubble Tea machen. Das ist ja, oh, mal sehen, ob man Leute mit Bubble Tea noch in die Läden bekommt. Und außerdem soll die App noch besser werden. Da gibt es noch eine positive Sache. Pinterest, die gewann nach guten Zahlen 21 Prozent. Ja, noch ein schnelles Wort zu Bitcoin, das ist ja schon angedeutet. Der fiel zwischenzeitlich auf 56.000 Dollar. Und Grund sind da die heftigen Abflüsse aus den US-Spot-ETFs. Die sind inzwischen so heftig, dass es bei den großen ETFs ja Kurse gibt, die unterhalb der Bitcoin-Kurse liegen. Zumindest was den Net Asset Value, also den Inventarwert der Fonds angeht. Das ist nie ein gutes Zeichen. Außerdem sind neue Bitcoin-Spot-ETFs an der Hongkonger Börse gelistet worden. Ja, und die starteten da enttäuscht. Und du schickst jetzt noch ganz schnell die Terminachterbahn hinterher, oder lieber Chabitz? Genau, so ist es lieber Eckert. Die zwei Top-Termine. Das sind Novo Nordisk mit Zahlen und Apple mit Zahlen. Und dann gibt es noch viele kleinere oder mittelgroße Unternehmen. Rational, Siltronic, Hugo Boss, Scout24, Bike24, Shell, Möller, Maersk, Vestas, Wind, dann Linde, ConocoPhillips, Booking, Expedia, Amgen, Coinbase, Kellogg, MercadoLibre, Monster, Moderna, Cloudflare, Block, Windis, United Steel und Xylem. Ja, und dann Dromedar war nicht dabei. Heute in einer Woche soll wohl das Rentenpaket 2 beschlossen werden. Das besteht ja aus zwei Teilen. Das Rentenniveau, also die Rentenhöhe im Verhältnis zum Lohn bei ungefähr 45 Beitragsjahren, die wird langfristig auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent gehalten, also festgetackert. Und um die Rentenkasse zu stabilisieren und den Beitragsanstieg zu dämpfen, setzt die andere Regierung dann die zweite Komponente ein, nämlich auf einen schuldenfinanzierten Staatsfonds, auch Renten, auch Aktienrente oder Generationenkapital genannt. Wir bei Alles auf Aktien sind natürlich große Befürworter einer Rente aus Aktien. Schließlich sagen wir hier ja immer, dass Aktien die perfekte Anlageform für die Altersvorsorge sind. Im Thema des Tages wollen wir euch nun verraten, ob die Rentenreform der Ampel die staatliche Rente sicherer machen oder ob ihr vielleicht mal nach dem Vorbild gewisser freitäglicher Klimabewegungen die Stimme erheben solltet gegen diese Rentenpolitik. Nein, der Staatsfonds, der startet in diesem Jahr mit 12 Milliarden Euro und soll bis Mitte der 30er Jahre auf 200 Milliarden anwachsen. Und für die Stabilisierung der Rentenversicherung steht dann allerdings nicht das Kapital, sondern eben nur die am Kapitalmarkt erzielte Rendite abzüglich der Zinskosten zur Verfügung. Es wird ja auf Schulden gemacht. Und die Ampel kalkuliert mit einer Überschussrendite von jährlich 10 Milliarden Euro, die dann ab 2036 die Rentenkasse stabilisieren sollen. Allerdings sind die 10 Milliarden Euro noch nicht mal ausreichend, um die Kostensteigerung zu stemmen, die die dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Haltelinie steigen die Renten künftig stärker, als dies nach der jetzigen Rechtslage der Fall wäre. Laut Bundesrechnungshof werden die Beitragszahler bis 2036 deshalb zusätzliche Ausgaben von 235 Milliarden Euro stemmen müssen. Und das heißt für euch, also gerade für die Jüngeren, wegen der festgezurrten Haltelinie, wird die gesamte Finanzierungslast des demografischen Wandels euch aufgebördert. Damit wird der bisher in der deutschen Rentenpolitik gepflegte Konsens, die Last der alternden Gesellschaft auf Jung und Alt zu verteilen, aufgekündigt. Unsere Kollegin Dorothea Siems hat exklusiv eine Studie bekommen, die mal berechnet hat, wie groß die Aktienrente sein müsste, damit sich das dauerhaft stabile Rentenniveau ohne eine zusätzliche Belastung der Jüngeren finanzieren lässt. Und gerechnet hat die Unternehmensberatung TechPro zusammen mit dem Vorsorgemodell spezialisierten Finanzmathematiker Ralf Korn von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität unter Mitarbeiter des Fraueninstituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik. Also alles namhafte Menschen. Und die haben einfach mal ausgerichtet, was zur Finanzierung der Haltelinie von 48 Prozent Rentenniveau gebraucht wird. Da würde dann ein Staatsfonds von 876 Milliarden gebraucht, also viereinhalbmal das Volumen bis 2036, also viermal so groß. Dabei wird eine Rendite abzüglich der Zinsaufwendung von 5 Prozent pro Jahr unterstellt, was durchaus optimistisch ist. Bis 2050 müsste der über Schulden aufgelegte Kapitalstock dann auf knapp zwei Billionen Euro angewachsen sein, wenn man mit den Erträgen des Staatsfonds die Mehraufwendung infolge der Ampel-Rentenpolitik finanzieren wollte. Das wäre deutlich größer als Norwegens Staatsfonds, der aktuell ein Volumen von 1,6 Billionen Dollar hat. Und das Konzept des Generationenkapitals birgt laut Studie zudem erhebliche Risiken, da es eben über zusätzliche Staatsschulden finanziert wird. Gerade in der kurzen Form von zehn Jahren ist das Risiko erheblich, dass die Schulden sogar höher sind als der gebildete Kapitalstock, warnen die Studienautoren. Und zur Berechnung dieses Risikos wurden für das Gutaben eine Million Simulationen durchgeführt. Und das Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent, also mehr als einem Viertel, war der Schuldenstand nach zehn Jahren höher als der Fondswert. Unterstellt wurden dabei eine jährliche Rendite von 8 Prozent, 2 Prozent Zinsen und eine Volatilität, also Schwankungsbreite, der Kursentwicklung von 20 Prozent. Selbst bei geringeren Kursschwankungen von 15 Prozent ist das Risiko, dass die Schulden das Generationenkapital übertreffen, mit 18 Prozent beträchtlich. Was heißt das jetzt für euch? Na, das Rentenpaket 2 wird für die Jüngeren von euch ja eine erhebliche Belastung darstellen. Die Aktienrente wird das überhaupt nicht rausreißen. Ihr solltet der Politik gegenüber eurem Missfallen zum Auszubringen und lieber früher als später auch nochmal einen eigenen dicken Sparplan zulegen, um im Alter genug Geld zu haben. Wer zum Rentenbeginn 500.000 Euro Kapital angespart haben möchte, muss bei einer Anlagedauer von 40 Jahren und einer durchschnittlichen Rendite von 8 Prozent im Monat für Monat 154 Euro anlegen. Klingt durchaus als machbar. Und wer jetzt noch nicht so viel Geld entbehren kann, der fängt erst mal kleiner an, muss dann aber später eben mehr einzahlen. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets gewannen. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter www.bahn.de-deutschland-Ticket Die AAA-Idee des Tages Wir hatten euch ja am Montag erklärt, dass 2024 ein Jahr für Stockpicker ist. Nicht Makro ist King, sondern Mikro. Es sind die Erfolge oder Misserfolge der einzelnen Unternehmen, die den Ausschlag bei der Kursentwicklung geben. Das haben wir ja auch wieder gesehen jetzt bei EMD oder bei Monolithic Power. Also das ist halt wirklich die Zahlen sind. Und in einem solchen Stockpicker-Markt liegt es natürlich auf der Hand, sich anzuschauen, für welche Aktien sich Investoren entscheiden, die sich in der Vergangenheit als besonders versiert bei Stockpicken erwiesen haben. Und daraus haben wir prompt unsere Triple-E-Idee gemacht. Ja, zum Glück mussten wir diese Vergleiche und Berechnungen nicht alleine machen. Das war nämlich ein ziemlicher Aufwand. Und wir reden da von ca. 10.000 Fondsmanagern. Die Ratingfirma Citywire führt allerdings in regelmäßigen Abständen ein Screening durch, welche Investments die erfolgreichsten Fondsmanager übergewichten und neu dazunehmen. Und ihr wisst ja, dass nur ein ganz kleiner Teil der aktiven Investoren den Markt schlägt. Und so zählt auch Citywire nur ca. 5% der 10.000 Manager zur Investoren-Elite. Und was diese 5% machen oder nicht machen, das lohnt sich aber genauer anzuschauen. Denn, wie gesagt, diese 5%, die lagen verdammt oft richtig. Bei den bestplatzierten Aktien der Manager-Eliten, da finden sich auf den ersten Blick jetzt keine so großen Überraschungen. Auf den Spitzenrängen liegen die Tech-Giganten Alphabet, Microsoft, Samsung Electronics, Meta-Plattforms, Apple und Amazon. Und zwar in dieser Reihenfolge. Und obwohl das Nvidia und Tesla völlig fehlen, das überrascht dann doch. Also weder die bestgelaufenen noch die schlechteste Aktie der glorreichen Sieben ist unter den Top-Positionen dabei. Auf den weiteren Rängen finden sich neben indischen und vietnamesischen Aktien, die ihr hier nicht handeln könnt, auch Shell und Emery Price Financial. Aber noch spannender wird es, wenn man sich anschaut, welche Aktien in der Gunst der 4-Manage-Elite am meisten zugelegt haben. Und da heißt der Aufsteiger Nummer 1 Integris. Integris ist ein Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, das Spezialmaterialien und Prozesslösungen für Hightech-Anwendungen entwickelt. Aber Integris spielt also die Aufrüstung von KI-Rechenzentren eine Rolle. Auf Jahressicht hat Integris 86% zugelegt. Die Nummer 2 auf der Liste heißt Williams Sonoma. Ursprünglich als Anbieter von Kochpotenzialen bekannt geworden, betreiben die Kalifornier heute mehr als 600 Läden in den USA, Kanada und anderen Ländern. Die Produktpalette umfasst alles rund um stilvolles Wohnen und Kochen. Und da treffen die Kalifornier offenbar den Geschmack, denn die Aktie steht fast anderthalbmal so hoch wie vor einem Jahr. Und für eine Erfolgsgeschichte steht auch Dick's Sporting Goods im Jahr 1948 von Richard, wird ja auch gern Dick genannt, Dick Stack, als Angelgeschäft gegründet. Ist das Unternehmen heute Amerikas führende Einzelhändler für Sportartikel und Freizeitbeklagung. Insofern ist Dick's Sporting Goods die US-Entsprechung von Decathlon in Amerika. Gegen den Trend gewinnen bei der Investoren-Elite auch Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit und Biotech an Ansehen. Aufgestiegen sind bei den Stockpickern zum Beispiel Viking Therapeutics und Select Medical Holdings. Letzte haben sich auf Ambulanzen, Akutkrankenhäuser und Reha-Zentren spezialisiert und verdienen damit Geld. Der Gewinn je Aktie soll in den nächsten zwei Jahren um circa ein Drittel steigen. Wobei man sagen muss, mit einer Marktkapitalisierung von weniger als vier Milliarden teuer ist Select Medical Holdings ein relativ kleines Unternehmen. Und die Biotech-Firma Viking Therapeutics ist erst 2012 ins Leben gerufen worden und hat sich dem Kampf gegen seltene Stoffwechsel und endokrine Erkrankungen verschrieben. Noch vor einem Jahr notierte die Aktie bei 22 Dollar. Heute, nach Erfolgen in wichtigen klinischen Studien, sind die Investoren bereits 76 Dollar für eine Viking-Aktie zu zahlen. Gerade die starken Kursbewegungen nach der Publikation solcher klinischen Studien sind das Paradebeispiel dafür, wie Mikro an der Börse Makro aussticht. Um davon zu profitieren, müsstet ihr also bereit sein, euch intensiv mit den jeweiligen Unternehmensergebnissen zu beschäftigen. Seien es Quartalszahlen, Ausblicke oder diese Ergebnisse klinischer Studien. Oder ihr schaut immer mal, was die Fondsmanager-Elite macht. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Tigre Casera fragt mal ehrlich, warum kann man die Liste der Compounder-Aktien nicht einfach in die Shownotes des Podcasts stellen, damit sich die Zuhörer nicht auch noch ein Konto bei LinkedIn anlegen müssen? App installieren und gleich wieder deinstallieren inklusive. Das ist wirklich nicht kundenorientiert. Naja, vielleicht müssen wir kurz erklären, wie das mit diesen Samstagsfolgen ist. Wir veröffentlichen ja von den Wochentagsfolgen immer ganz normal in den Shownotes die besprochenen Aktien und auch die Fonds. Und bei den Fonds gibt es sogar immer auch noch ein WKN dazu. Und bei den Gesprächen, die wir jetzt für die Samstagsfolge führen, da gibt es natürlich keine vorher geskriptete Folge, sondern die Menschen erzählen, was sie wollen. Und da können wir natürlich die Aktien nicht während des Gesprächs mitschreiben. Und manchmal wird das dann im Nachhinein transkribiert und das haben wir eben auch gemacht. Deswegen steht das nie in den Samstagsfolgen mit drin, sondern wird manchmal nochmal für Weltgeschichten oder für andere Sachen nochmal aufbereitet. Und deshalb gibt es eben nicht standardmäßig in den Shownotes drin. Ja, und Hedi aus dem Siegerland fragt, Ich habe über meinen Broker die Möglichkeit bekommen, meine Dividende als Aktien zu erhalten. Im konkreten Fall geht es hier um British American Tobacco. Gibt es Vorteile für mich, wenn ich das mache? Oder noch wichtiger, wie hoch sind die Kosten? Ja, lieber Hedi, Vorteile hast du nur insofern, als du in künftigen Jahren den Zinseszinseffekt nutzt. Kosten seitens des Brokers fallen normalerweise nicht an, zumindest habe ich das noch nie erlebt. Aber steuerliche Vorteile, die hast du ebenfalls nicht. Das heißt, ja, die komplette Dividende, die muss versteuert werden. Und da du den gesamten Dividendenbetrag investierst, gehen Abgeltungssteuer und Soli entweder von deinem jährlichen Freibetrag oder von deinem Verrechnungskonto ab. Ihr seht, die Tücke liegt mal wieder am Detail. Und damit ihr solche Details nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieden. Hör uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.